Wer sich mit ihr anlegt, muss damit rechnen, gehörig ein Paar hinter die Ohren zu bekommen. Cardi B. Für gewöhnlich zwar verbal, doch auch das kann echt wehtun, wie dieser Twitter-Beef beweist. Die amerikanische Politik-Korrespondentin Deanna Lorraine hat im Netz gegen Cardi gewettert. Amerika braucht viel mehr Frauen wie Melania Trump und weniger, die so sind wie Cardi B. Als die Rapperin das sieht, lässt ihre Reaktion nicht lange auf sich warten. Schnell gräbt sie ein altes Foto der heutigen First Lady aus, das Trumps Ehefrau Splitterfaser nackt zeigt. Dieses Bild gibt mir, ja du verdammter Witz mit einer nassen Arschpussy-Vibes, wollte es nur gesagt haben.